für die decke brauchen holz für die decke so die nächsten zwei rein das war's ich habe keinen bruchstein mehr ich habe auch kein essen mehr ich habe aber auch kein essen mehr was haben wir denn hier was gebe den brokkoli gibt es gibt mir den brokkoli dann brauchen gelbe farbe haben wir da brauchen wir keramik aber die ist ja hier unten drin da haben wir ja vor wochen vorgesorgt gott sei dank das heißt gelb können wir uns auf jeden fall machen so müssen wir gucken dass wir irgendwie gelbe farbe zusammen kratzen irgendwie brauchen wir gerne haben wir oben noch irgendwo welche da ist nichts mehr da sind nur kirchen die kirche da sind nur kirchen da ist eine druckplatte noch mal kirchen da ist auch nichts drin hier läuft da auf einer rum hier läuft da irgendwo einer rum gelb 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 gel 23 so habe ich schon mal 6 es ist die frage was macht der macht der auch geld tatsache sehr schön mal 6 12 es hätte die eichenholz bretter mitnehmen können da eigentlich eigentlich hätte ich es mit mitnehmen können so dann setzen wir doch hier so lange ein gelben bin komm ich zumindest da schon mal hoch da kommt eine ecke wieder hin eine schöne dezente ecke dann hast du die säule ist da du hast hier eine säule bohnsäule da ist das fenster da wäre dann das fenster dann wäre da ein fenster da hast du logischerweise hier keins werden weil wand das ist aber auch zwei hoch das fenster das ist zwei hoch so da drüber kommt dann es ist die frage was machen mit der ecke hier ne kommt auf jeden fall noch eine reihe links normal drauf da drüber kommen dann weiß weiß oder grau keine ahnung was das sein soll weiß der geier oder weiß da nicht so das was macht das sieht gut aus und das sieht gut aus wenn dann der turm steht ja die ecke die ecke die ecke was machen wir mit der ecke am sinnvoll zu messern da einfach die urid reinknallen wenn man da die urid reinknallen dann bräuchten wir da einen rahmen wir bräuchten auch holz gibt mir mal die axt so gibt mir mal die axt dann gehen wir mal eben schlafen und dann gehen wir mal den baum da fällt den komischen eichenbaum da habe ich auf jeden fall schon mal holz oder auch nicht oder auch nicht doch haben wir sehr schön dann kann der nämlich wieder runter wachsen habe ich da schon mal ein bisschen ruhe aber gelb sieht auch nicht das sieht pervers aus holz haben wir jetzt auch genug da sind dann machen wir daraus eichenbretter für den boden dann haben wir die schon mal fertig dann haben wir die schon mal fertig so habe ich da schon mal den boden dann müssen wir dann gleich mal gucken wie wir das mit der wand da ziehen so auf jeden fall hier schon mal die decke drin und da ist das dach auch drauf wobei ich bin aber überlegen ob wir da nicht weiß auch schwachsinnig so hier können auf jeden fall schon mal ich wollte kerzen ich wollte kerzen laternen irgendwas wollte ich ja haben laternen das war es laternen guck mal hier laterne 8 8 los dann habe ich nicht los und staub habe ich auch nicht also das funktioniert schon mal nicht dann müssen wir doch fackeln nehmen dann müssen wir doch fackeln nehmen ja gar nicht ja gar nicht so das haben wir das haben wir das haben wir so fackeln haben wir auch sehr schön dann haben wir die ja auch schon mal so dann könnte man nämlich hier eine dran machen eine daran dann bauen wir da eine dran das sieht gut aus das sieht gut aus gefällt mir ein paar pflänzchen auch hierhin so blumenkübel oder so sehr schön sehr 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 schön ja doch das gefällt mir schneeke schneeke ja dann lass uns mal gleich eben gucken da kommt noch ein balkon dran da kommt eine balkonbrüstung dran dann machen wir die denn am besten mit zäunen ja am besten mit zäunen dann geht aber auch der boot der blöde geht ein bisschen boden da braucht man weiße birkenbretter oder so weiße birkenbretter die man da dran machen zwei jetzt bin ich gerade überlegen ob er fängt sich nur ein versetzen was keinen sinn macht wir müssen das so lassen egal lassen wir so da fällt mir schon was ein ich weiß auch schon was ich weiß auch schon was zumindest wie wir es machen und sagen wir mal so habe ich schon eine idee löwenzahn habe noch ein bisschen das können weg packen das gemüse kann auch weg keramik keramik brauchen wir nicht das dass das dass das dass da rein der auch da rein so haferflocken können auch da rein der eine kaktus kann auch da rein der kupfer ich weiß nicht wohin damit das glas bräuchte ich jetzt nicht zwingend hat dann hier blumkohl 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 ohne birne orcas hansamen sehr schön wenn sich mal einer so richtig schön die birne weg knallen will rong 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 katholisch mit aussagen draus machen oder nicht da sage ich doch sag ich doch das heißt wir können wir hinten schöne weizenfälle und alles hinbauen weizen rocken irgendwas alles mögliche so dann machen wir eine raucherpause und wir sehen ich muss mich aber rein stellen ich muss mich rein stellen ansonsten und es müsste ich auch noch dann stellen wir uns beim schneider ans fenster und dann machen wir eine raucherpause die machen wir zu stellen wir uns hier rein ihr kennt es ja können direkt schlafen gehen ist das nicht schön ist das nicht schön so und dann lassen uns doch mal gucken dann lass uns doch mal gucken gelb wir brauchen gelb gelb nehmen wir erstmal die du hast da an müssten da eigentlich von oben jetzt machen müssten wir eigentlich jetzt von oben machen da kommt auf jeden fall noch dioret auf die ecke haben wir den haben wir nicht und die glasscheiben acht stück habe ich noch aber nicht viel aber nicht viel so lass uns gucken lass uns gucken so wenn wir jetzt da kommt die uriten 12 dann kommen hier zwei fenster zwei fenster habe ich gesagt so stein dann kommen drei drei steine ja wunderbar so müssen wir noch einmal hoch gehen dann gehen wir noch einmal hoch ich hätte eigentlich das bild auch offen lassen können dann wieder zwei scheiben 12 dann zwei steine und dann kommt die mauer genau so hier ist die mauer hieß aus mauer so die scheiben sind hoch drei hoch ne gehe ich mal von aus dann so 1 2 so so das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus jetzt muss da dioret rein hier kommt der boden rein wobei ich bin mir hier noch gar nicht so sicher mit dem gelben streifen in der mitte den würde ich gerne rausnehmen irgendwie müssen wir müssen jetzt da die bürgen rein kriegen ein kleines haus kann das sein 2 2 sind 4 2 2 2 dann 3 dann nochmal 2 man geht es ja hinten also 3 noch raus so wie kriegen wir jetzt die bürgen da rein wobei können wir nachher auch irgendwie mit dem dings hier mit dem dark roleplay kann man die bestimmte ein zeichnen das funktioniert bestimmt so das haben wir dann kommt hier noch die schüssel stones rein aber davon haben wir keine mehr so das heißt aber auch das heißt aber auch das heißt aber auch wir können da ja da ist jetzt die gute frage ne was machen wir da was machen wir da erstmal rausreißen so so bäden 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 so ich weiß hier kommt ne treppe rein da müssen wir dann gleich mal gucken wie wir das machen hier geht auf jeden fall ne treppe runter das heißt ich würde nur bis da machen so so so